Dietmar Takt, Dr. Dietmar Takt. Videokolumne Nummer 4, Januar 2020, Jeje Pastorkinja oder Jenufa von Leos Janacek, der Beginn der fünften Szene aus dem zweiten Akt, wo die Küsterin beschließt, das gerade neugeborene Kind ihrer Tochter Jenufa zu töten, da dieses Kind, unehelich geboren, einer Verheiratung von Jenufa im Weg zu stehen scheint. In dieser Szene benutzt Janacek eine Skala, ich habe sie Ihnen mal aufgeschrieben, die eigentlich wie Bemoll beginnt und dann anders weitergeht. Das F ist zum E tief alteriert, das G und das A sind nicht als Ges und A, sondern als G und A geschrieben. Dann klingt die Skala so. Diese Tonleiter hat Janacek aus seinen Volksmusikstudien abgeleitet, er hat ja sehr intensiv die märische Volksmusik erforscht, hat da auch Bücher geschrieben, hat Volksliedsammlungen erstellt und er benutzt eine solche Skala für diese Szene. Die beginnt relativ konventionell scheinbar in Bemoll mit so einem kleinen Grundmotiv. Darüber singt dann die Küsterin. und dann warmes Und geht hier auf das E-Ganz zum Schluss mit diesem merkwürdigen Quatschsprung. Und genau das ist das Besondere an dieser Melodik, die im Übrigen aus der tschechischen Sprachmelodie abgeleitet ist. Ich habe den Text mal einsprechen lassen. Und auch die ganze Harmonik basiert auf dieser Skala. Es ist eben irgendwie so B-Moll. Und dann steigert sich dieses B-Moll aber über eine subdominante S-Moll auf einmal zu diesem Akkord. Und geht dann wieder hier hin. Und wieder dorthin. Janacek schreibt das total unpraktisch auf. Man versteht es eigentlich nicht. Es ist ja eigentlich klar. Nur dann fängt er auf einmal an, da in diesem B-Moll-Umfeld, da könnte er ja mit Auflösungszeichen arbeiten, auf einmal irgendwelche Kreuze zu schreiben. Ein Cis und ein Dis statt eines Es oder eines Des. Und dann macht er auch noch so Sachen, diese rhythmische Sprachmelodie des Tschechischen liegt dem Ganzen natürlich zugrunde. Aber schauen Sie mal hier. Zwölf Achte über Vier Viertel. Warum macht er da einfach nicht Triolen? Also das verstehe ich nicht. Und damit hat er sich das Leben schwer gemacht. Aber bei Fragen Dr. Takt, Dr. Dietmar Takt, schreiben Sie mir Takt at Deutsche Oper Berlin.